Fünf Spiele, fünf Siege, 17 zu vier Tore. Der FC Barcelona und Hansi Flick dominieren die spanische Liga. Für alle, die dieses Format nicht kennen oder vergessen haben, wie es funktioniert, ich mache hier eine kurze, kompakte Taktikanalyse zu einem Team, das gerade sehr gut performt. Und das kann man über den FC Barcelona auf jeden Fall behaupten. Mal im Ernst, waren wir nicht alle ein bisschen skeptisch, ob das mit Hansi Flick bei Barca klappt? Nach fünf Spieltagen muss man sagen, ja, das klappt ganz gut. Vielleicht waren gewisse Graugänse noch etwas zu präsent in unseren Köpfen, die Performance der deutschen Nationalmannschaft. Vielleicht macht er aber auch genau da weiter, wo er als Vereinstrainer beim FC Bayern aufgehört hat. So sieht's zumindest aus aktuell, auch aus taktischer Perspektive. Ja, das waren bisher nicht die allerstärksten Gegner und die Sample-Size ist natürlich auch noch klein, aber gleichzeitig müssen sie in Barcelona auf mehrere Spieler verzichten wie Araujo, Gavi und De Jong. Wir schauen uns jetzt mal genauer an, was Hansi Flick da in Spanien kocht. Und ohne zu viel vorwegzugreifen, die Speisekarte sah in München sehr ähnlich aus wie jetzt in Barcelona. Ich habe mir für die Vorbereitung auf dieses Video nochmal eine Taktikanalyse zu Hansi Flick beim FC Bayern angeschaut. Hier bei YouTube von The Purest Football kann ich jedem nur empfehlen. Aber diese drei Punkte von damals sind 1 zu 1 auch jetzt bei Barcelona im Fokus. Das Spielfeld groß machen, immer in Bewegung bleiben und vor allem immer nach vorne spielen. Aber der Reihe nach. Nominell läuft Barca in dieser Saison in einem 4-2-3-1 auf. In Ballbesitz sieht man doch häufiger ein 4-3-3. Wobei sich einer der Sechser, in der Regel Casado, fallen lässt, teilweise bis zwischen die beiden Innenverteidiger und in dem Fall Petri und Olmo die Doppel-Acht bilden. Die beiden Außenverteidiger schieben oft sehr, sehr hoch und die beiden Flügelspieler rücken ein und besetzen die Halbräume. Das mit den einrückenden Flügelspielern haben wir so auch schon beim FC Bayern gesehen, ist aber vor allem ein großer Unterschied zwischen Flix-Vorgänger Schaar wie letzte Saison, wo häufig die Flügelspieler die Breite gehalten haben. Und das kommt sowohl Lamin Jamal auf der einen als auch Rafinha auf der anderen sehr entgegen. Beide waren diese Saison schon an sechs beziehungsweise sieben Toren beteiligt. Aber vor allem auf der rechten Seite ist das alles nicht in Stein gemeißelt. Also wer da welche Position einnimmt, wenn zum Beispiel Lamin Jamal außen bleibt, dann sieht man häufig Koundé, also den Rechtsverteidiger, in den Halbraum gehen, gerne auch bis ganz nach vorne. Manchmal ist es aber auch Olmo, also der Zehner, wenn man so will. Und Koundé rückt dann weiter ein nach hinten. Links ist es konsequenter, der Linksverteidiger, also Balde, der auf dem Flügel bleibt und die Breite hält. In den letzten Spielen ist Rafinha dann sehr weit eingerückt und hat fast wie ein zweiter Stürmer neben Lewandowski agiert. Das alles sieht man auch nochmal sehr gut, wenn man sich die realtaktische Aufstellung anschaut. Zum Beispiel hier aus dem vergangenen Spiel mit einem Sechser, zwei Achtern, mit einem vor allem sehr offensiven Linksverteidiger, mit einem Linksaußen, die Nummer 11 Rafinha, der sehr weit eingerückt ist neben Lewandowski. Was diese Ordnung in Ballbesitz aber auch bedeutet, ist, dass sehr wenige Spieler in der frühen Phase des Spielaufbaus beteiligt sind. Also bei den meisten Teams sieht man heutzutage einen 2-3 oder 3-2 Aufbau. Bei Flick ist es dann oft eher ein 2-1. So hat man mehr Spieler schon im Spielaufbau in der Offensive und bindet den Gegner in der letzten Reihe. Dazu gleich noch mehr. Das erstmal zur Grundstruktur. Ich habe gerade eine Sache angedeutet, die sich wirklich gravierend verändert hat im Vergleich zu Flicks Vorgänger Xavi. Unter Xavi war das gerade gegen Ende der Saison sehr statisch, ein striktes Positional Play, wenig Flexibilität. Aber das ist jetzt anders unter Flick. Flick setzt vor allem einen großen Fokus aufs Zentrum und überlagert das Zentrum auch. Aber vor allem im Zentrum gibt es jede Menge Flexibilität. Aber was bedeutet das eigentlich? Lass uns nochmal auf diese Situation hier von eben schauen und spulen ein, zwei Sekunden zurück. Hier sieht man sieben Spieler von Barca, die sich im Zentrum befinden. Alle relativ eng beieinander, kurze Abstände. Außer die beiden Flügelspieler, in dem Fall Jamal und Balde. Hier auch noch Kunde, aber da wissen wir ja schon, der wird dann irgendwann einrücken. Aber das ist noch lange nicht das extremste Beispiel. Aber diese Situation zeigt das, was dann zusammen mit der offensiven Positionierung, die wir gerade besprochen haben, zur Folge hat. Der Gegner muss nämlich sehr kompakt stehen, was dazu führt, dass die Flügel oft viel Platz haben. Dazu gleich noch eine Szene. Zum anderen haben vor allem Gegner dann in der letzten Reihe ein Problem. Vor allem die mit Viererkette, weil im Zentrum sind schon mal drei Spieler sehr offensiv bei Barca positioniert. Die musst du verteidigen, sind dann hier im 1 gegen 1. Gleichzeitig darfst du auch nicht die Flügelspieler komplett außen vor lassen, die musst du im Blick haben. Und dann brauchst du eigentlich fünf Spieler mehr oder weniger in der letzten Reihe, um das Ganze zu verteidigen. Und jetzt kommt halt die angesprochene Flexibilität ins Spiel. Während bei einem strikten Positional Play jeder Raum mehr oder weniger zu jeder Zeit besetzt sein soll, sind unter Flick die zentralen Spieler eigentlich permanent in Bewegung. Alles ist sehr dynamisch. Wie das dann im Real Life aussehen kann, also Lewandowski zieht hier schon mal seinen Gegenspieler aus dem Zentrum weg, weil er in Bewegung ist. Zeigt Rafinha dann wirklich mit dem Finger, in welchen Raum er laufen soll. Und der ist dann im 1 gegen 1 Laufduell gegen den Innenverteidiger. Ja, das ist natürlich schwierig für denjenigen. Und dann haben sie halt auch bei Barcelona selber die Innenverteidiger, die in der Lage sind, solche Bälle hinter die Kette zu chippen. Und es steht 1 zu 0. Barcelona ist wirklich in dieser Saison unglaublich gut darin, durch diese Überlagerung im zentralen Bereich und durch die Flexibilität sich Chancen durchs Zentrum zu kreieren. Ein paar Minuten später im gleichen Spiel fast die gleiche Situation, aber mit anderen Spielern in ähnlichen Positionen. Wie gesagt, Flexibilität im Zentrum. Hier ist Laminha Mal am Ball. Sehr tief, sehr weit innen. Dafür Koundé, der Rechtsverteidiger, weiter außen. Vorne haben wir Rafinha und Lewandowski, die die Position getauscht haben. Das Resultat bleibt allerdings gleich. Vertikaler Lauf des Stürmers, präziser Ball hinter die Kette und es steht 2 zu 0. Das waren jetzt zwei Beispiele für hohe vertikale Pässe durchs Zentrum. Aber glaubt mir, sie spielen auch ganz viele, die flach gehen. Auf jeden Fall Steilpässe durchs Zentrum. Das will Hansi Flick sehen. Keine Mannschaft spielt in dieser Saison in La Liga mehr Steilpässe als der FC Barcelona. Und sie haben halt eben auch die Spieler, die diese Pässe spielen können. Sowohl in der Innenverteidigung, aber natürlich dann auch im Mittelfeld mit einem Petri und jetzt auch einem Olmo. Dass Hansi Flick Offensivfußball sehen will, das sollte uns nicht überraschen. Nur zur Erinnerung, beim FC Bayern haben sie unter Flick 2,97 Tore pro Spiel geschossen. Und auch bei Barcelona funktioniert das schon sehr, sehr gut. Aber sie schießen nicht nur viele Tore, sie spielen sich auch viele Chancen heraus. Platz 1 mit großem Abstand in Expected Goals. Es gibt dann natürlich Gegner, die das Zentrum komplett verdichten wollen. Da 10 Mann reinstellen und dann brauchst du einen Plan B. Und der Plan B, den habe ich vorhin schon mal angedeutet, ist natürlich dann, den Raum auf den Flügeln zu nutzen. Denn wenn du das Zentrum überlagerst und da den Gegner bindest, dann hast du eben diesen Platz. Und dieses Tor hier gegen Valencia ist wirklich das perfekte Beispiel für einen funktionierenden Plan B. 6 Spieler stehen von Barca auf engstem Raum im Zentrum. Zwei Spieler halten aber links und rechts die Breite. Dann geht der Ball raus auf den Flügel auf links, wo Balde jede, jede Menge Platz hat. Der ganze Defensivblock von Valencia verschiebt auf seine Seite. Dadurch wiederum ist Jamal auf der anderen Seite ganz offen. Balde spielt eine perfekte Flanke einmal über den ganzen Strafraum hinweg. Jamal bringt den Ball vors Tor Ausgleich. Ein gewisser Pep Guardiola würde dazu sagen. Die Distanz sind so nah und gleichzeitig sind sie so weit. Übrigens beides Männer, die eine Faszination für Gänse haben. Also ich sehe da gewisse Gemeinsamkeiten. Viele Spieler in der Offensive, wenige Spieler hinterm Ball, hohe Strafraumbesetzungen. Also kurz gesagt, so oft und mit so vielen Spielern wie möglich angreifen, das bringt natürlich gegen den Ball gewisse Risiken mit sich. Wenn ich an Hansi Flick Fußball denke, dann denke ich zum einen an den Offensivfußball, den wir gerade besprochen haben, aber zum anderen vor allem an eine sehr, sehr hohe letzte Abwehrreihe. Und ja, die sehen wir bei Barcelona auch. Vielleicht nicht immer so extrem wie in dieser Szene hier, aber ich finde sie schon ziemlich exemplarisch, weil kurz mal die Hard Facts zu dieser Szene. Es ist die 22. Spielminute, es steht 0 zu 0, der Ball ist im gegnerischen Strafraum und Barcelona denkt sich, ja, so verteidigen wir gegen den aktuellen Champions-League-Teilnehmer. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich zeichne euch mal die nominelle Viererkette ein. Ja, die Abstände stimmen hier natürlich nicht. Das ist nicht so, wie es sein soll. Die beiden Innenverteidiger stehen sehr weit auseinander. Das Zentrum ist komplett offen und das könnte dann ein langer Ball genau in diese Schnittstelle sein und Barca hätte ein großes Problem. Ich will einfach nur zeigen, wie offen das Visier unter Flick bei Barcelona ist. Der Ball kommt übrigens nicht hier zum Stürmer im Zentrum, sondern geht unpräzise auf den rechten Flügel raus. Glück für Barca. Abgesehen davon besteht die Arbeit gegen den Ball auch aus hohem, intensivem Anlaufen und Gegenpressing. Aber alles nicht mit dem allerletzten Risiko, nicht mit der allergrößten Aggressivität. Beim Anlaufen zum Beispiel, da wollen sie den Gegner früh unter Druck setzen. Ja, Platz 2 in Passes per Defensive Action. Aber sie gehen, wie gesagt, nicht immer das allerletzte Risiko. Sie wollen vor allem das Zentrum zustellen und die Passwege ins Zentrum limitieren. Und dafür nutzen sie, was ich ganz interessant finde, je nach Gegner unterschiedliche Anlaufmuster. Als Beispiel, unter anderem gegen Valadolid und auch gegen andere Gegner hat sich Lewandowski etwas fallen gelassen, um den Sechser zuzustellen. Und die beiden jüngeren und schnelleren Spieler, Jamal und Rafinha, sind weiter vorne angelaufen. Und wenn der Gegner mit Doppel-Sechs aufbauen wollte, ist Olmo an die Seite von Lewandowski gekommen. Alles dann sehr mannorientiert, aber eben im Zentrum. Ein Spiel später gegen Girona war es dann oft Lewandowski als alleinige Spitze im Anlaufverhalten. Und dahinter quasi eine Viererkette mit Olmo und Petri im Zentrum und Jamal und Rafinha auf den Außenpositionen. Was man nach so ein paar Spielen auf jeden Fall festhalten kann, ist, ja, Barcelona hat bisher wenige Gegentore kassiert, vier in fünf Spielen. Aber sie sind anfällig, vor allem wenn der Gegner schnell umschalten kann. Was natürlich auch irgendwo logisch ist und auch in Kauf genommen wird, wenn du mit wenigen Spielern hinter dem Ball agierst, wenige Spieler in der Restverteidigung hast. Aber wenn Gegner schnell umschalten können und vor allem über die Flügel, da ist Barcelona angreifbar. Und das hat sich auch schon in den Gegentoren bemerkbar gemacht. Also Gegentor gegen Valencia nach einer Flanke von links. Gegentor gegen Rayo Vallecano, flache Flanke von rechts. Gegentor gegen Girona, Ball von außen, hinter die Kette, dann noch ein Ball in den Rückraum, im Strafraum. Und daraus ist dann das Tor gefallen und das vierte Tor war ein Elfmeter. Kleine, kleine Sample-Size, aber schon gewisse Gemeinsamkeiten. Hansi Pfleg versucht, vereinfacht gesagt, das zu kopieren, was beim FC Bayern unter ihm sehr gut funktioniert hat. Und bislang funktioniert es auch sehr gut beim FC Barcelona. Sie sind dynamisch und flexibel im Angriff. Sie versuchen, den Gegner auseinanderzuziehen, das Zentrum zu überlagern, um dann vor allem durchs Zentrum in die gefährlichen Zonen zu kommen. Sie wollen vor allem so oft es geht in diese gefährlichen Zonen kommen, mit so vielen Spielern wie möglich, auf Kosten der Verteidigung. Es geht hauptsächlich darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner, egal wie viele es dafür braucht. Und zum Abschluss noch ein Punkt, den ich bislang so ein bisschen ausgeklammert habe, weil er nicht unbedingt taktisch ist, aber um das alles so umsetzen zu können, diese ganze Laufarbeit, dieses ständig in Bewegung sein mit Ball, diese Laufarbeit natürlich und die hohe Intensität gegen den Ball funktioniert nur, wenn du fit bist. Und ich habe jetzt einiges von Barcelona in diesem Jahr gesehen und ich kann euch sagen, die sind sehr fit. Was die an Meta machen, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen finden können, aber die Laufarbeit ist enorm. Immer wieder diese vertikalen Läufe in die Tiefe. Wirklich mal der, dann der und dann wieder ein anderer, um immer wieder den Gegner vor Probleme zu stellen und die Laufarbeit gegen den Ball. Und Petri hat es auch schon in der Öffentlichkeit gesagt, er meinte, das Training unter Hansi Flick ist viel, viel härter und intensiver als in der Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt, wie lange Barcelona so dominant auftreten kann. Das waren, wie gesagt, nicht die allerstärksten Gegner bisher. Wie sieht das dann gegen Top-Gegner aus, die dann auch die Qualität haben, diese Lücken und Räume in der Verteidigung konsequenter und effizienter auszunutzen? Das konnten die bisherigen auf jeden Fall nicht. Und auch damals bei den Bayern, also gegen Top-Gegner, hat man dann schon ganz schön viel zugelassen und hatte auch in dem einen oder anderen Spiel jede Menge Glück. Wie gesagt, das nimmt Hansi Flick auch in Kauf. Ja, Hauptsache wir schießen mehr Tore als der Gegner. Das ist für neutralen Zuschauer sehr unterhaltsam und sehr schön anzuschauen. Aber was sagt ihr zum FC Barcelona unter Hansi Flick? Schreibt es in die Kommentare. Video liken und Kanal abonnieren nicht vergessen. Video liken und Kanal abonnieren nicht vergessen.